ich werde das sieben das ist das innere von dem Auto was ich fahre und das ist riesig das Teil ist wirklich riesig ja also ich habe euch ja gestern versprochen ich freie heute Blog aber ich habe wieder keine Lust und da müsste ich auch zwei Tage schreiben und deswegen erzähle ich euch heute einfach alles mal wieder per Video also gestern war ich mit den drei Kindern früh also Vormittag auf dem Spielblatt in dem Park der heißt Cherry Lawn Park und dieser Spielplatz war einfach nur riesig ich meine nicht so riesig oder so aber größer als als deutsche Spielblätter um ja das war cool die haben so eine Reifen schaukeln da wollten die Kinder dann drauf und da habe ich sie drauf gesetzt und dann wollten sie immer dass ich sie im Kreis drehe und anschubse und dass ich halt in dass sie im großen Kreis schaukeln das war cool um ja dann habe ich ihnen halt mit anderen Sachen zum Beispiel geholfen ich mein Geh war für manches noch zu klein aber wenn ich ihnen genommen habe und sie haben Gott und ich habe ihm geholfen dann hat sie das gemocht es hat immer Spaß gemacht äh ja aber außerdem waren sie auf einem Kletterbaum ich meine haben sie sich ein bisschen komisch angestellt damit aber es dann war alles ganz gut außerdem haben wir Eiscreme laden gespielt also Eisdiele und ich musste dann drei Eisbücher essen die er gemacht hat er ich natürlich nicht echt das war ja nur Sand aber ich habe so getan als hätte es gestopft das war cool naja dann haben sie haben hat A uns wieder abgeholt und ähm ja dann gab es Lunch Mittagessen und äh dann hatte Finn uh oh ihr habt den Namen nicht gehört okay ihr habt den Namen nicht gehört dann hat er F gebetet und ich bin mit er und G an den Strand gegangen das war cool wir hatten auch Kirchen mit und so und erst hat G gemeint nein ich gehe nicht ins Wasser und halt eben sowas ähm aber dann als er die Kirchen gegessen hat mussten wir einfach ins Wasser weil er war so voller Kirschsaft und dann sind wir ins Wasser und er wollte auch ganz dann wollte komischerweise nicht mehr raus und er wollte sowieso nicht aus dem Wasser die haben die ganze Zeit auch Muscheln gesucht und sowas und ich habe eigentlich gedacht es wird schwer mit zwei Kindern alleine aufzupassen dass sie nicht ertrinken und sowas aber die haben sich benommen die haben sich wirklich richtig gut benommen und ja das war cool und ich habe es auch gepackt also ich denke schon das ist cool auch jetzt schon den ganzen Tag fast der hat schon den ganzen Tag halt mit Kindern zu verbringen ich meine das ist schon blöd dann halt keinen von seinem Alter dabei zu haben aber ich habe auch andere also jetzt nachmittags oder so kann ich andere Au-pairs treffen und ähm also jetzt Nachmittag okay ich sage Nachmittag ist es abends da kann ich andere Au-pairs treffen und ähm ja ich meine den ganzen Tag dann mit denen zu verbringen ist auch cool ich mag sie wirklich die ganze Familie ja ah ist so herzlich und die gewöhnt sich jetzt an mich und der manchmal kommt er auch an und will gar nicht mehr von mir weg dann hängt er die ganze Zeit um meinen Hals und sowas das ist voll cool naja gestern Abend dann sind wir noch eine Runde rumgefahren also wir mussten wir sind zum Starbucks noch gefahren und dann musste L A noch was abgeben und da weil Finn mit seinem Playdate da ach ich hab schon also F hatte mit seinem Playdate da so Probleme und da ging es ihm so ein bisschen nicht schlecht und dann sind wir auf den Highway 95 gefahren und dann ging es ihm auch wieder besser der hat da so sein ja das ist halt so das wo er einen Narren dran gefressen hat ähm ja das war eigentlich so gestern dann musste ich noch Wäsche machen und hab sie dann weggeräumt noch heute früh bin ich wie immer also Leute ich stehe früh um sieben auf ja wenn irgendjemand was von mir möchte dann bitte kommt und redet mit mir ja ich bin von früh um sieben bis halb neun also das ist bei euch um eins bis halb drei da da bin ich doch da kann jeder kommen auch du liebes Linda Mäuschen und bitte 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 tu nicht dumm ich hab dich doch lieb und mit meinem Denglisch das tut mir leid ja bitte bitte sei nicht böse ich hab dich lieb und ich hab's dir versprochen dass ich wiederkomme und ich komm auch wieder okay also dann kann ich ja mit heute weiter machen Das ist der erste ski